einem wunderschönen guten meine lieben mein name ist kapander und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum charakter der letzte folge hatten wir uns hier ganz elegant ok ganz elegant hierhin gearbeitet ich fühle mich gerade so beobachtet moment wie viel würzen wir geben wagen metallschrank okay die 4000 immer mal schnell mit das hier egal breit holz ok ja hier ist auch noch eine auto versteckt habe ich gesehen gut ja gut dann holen wir für sie mal ein paar sachen und gegen noch 4000 das müsste dann auch genau dafür reichen das geld zusammen zusammen das ist ein bisschen ungünstig das ist so weit versteckt ist könnte irgendwo kann es sein moment große halle gasflasche so hier hinten muss noch was sein und ansonsten da sollten auch nö wieso das denn muss man noch mal kurz gucken weil wir haben ja auch noch zeig was noch nicht verkauft ist 173 fach 8 fach einfach gut passiert diese sich auch noch eine menge schreibt einsammeln wollen aber gerade nicht jungs war das jetzt schon wieder versteckt hier ok sehr originell alle jobs und geht auch das wird oder dahinter auch muss sein bing sie haben fertig ja gut start jetzt wir gehen jetzt erstmal zurück zum crusher gut kleiner crusher das da und abflug und hier seht ihr selber es kommt noch eine menge burks dazu das auto steht mit dem frax natürlich hier drin das ist ganz eigenartig start so dann wollen wir die mal schnell noch einladen hier eins zwei dann sind die erst mal erledigt so dann wollen wir die auch mal klein und wir gehen dann schauen wir mal da mh 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 ja wo die Wapfenschwein sein gut dann steht er hinter der Tür ist ja egal habt ihr auch noch keinen ja dann sieht man eh nicht mal wo oben und unten ist und also ich sehe nicht mal wo oben und unten ist bei dem Ding ja ihr seht nur einen kleinen Würfel oh ja so jetzt wollen wir noch mal kurz auf was achten ich packe hier mal ein schwarzes Auto rein und einmal bitte pressen so ich muss ja mal warten bis diese Animation vor hier ist und die Klappe auf ist ansonsten gibt es wieder knatsch so damit haben wir vier von den Fahrzeugen schon mal durch und sieben soll ich mal haben das war dann ein bisschen ja und der Würfel war wieder grün also ja nicht gerade farbgetreu aber naja gut schon mal dann ja ja wir pressen aber ich kriege k dismissione wir scenELL sind und ihr ihr Sasbei ä es sich Wenn ich mir das so angucke, also die Würfel scheint doch recht groß zu sein. Das Problem mit meinem Alter, ich krieg nicht hoch. Damit haben wir die Vierer schon mal durch, hätten 4.000, dann haben wir noch mal eine Runde, dann haben wir schon mal 6, dann brauchen wir noch eine, dann haben wir... gut. Aber ganz ehrlich, dann machen wir mal die schnelle Runde. Und zwar... Da nochmal hin. Okay. Das Ding muss auch schon mehr als 2 sein. Ja, die Ladesequenz tut mir natürlich leid, aber ihr könnt ja in der Zwischenzeit die Musik genießen. Die ist wieder mal von Panda Beat. So, dann... Da haben wir zum Beispiel schon den ersten Kandidaten. Gut, du musst natürlich das Auto quer platzieren. Das ist ein sehr klarer von dir. Mal gucken, ob das reicht. Tü-tü-t. Nö. Sie parken scheiße. Bitte auch nicht parken. Ja. Vorsicht! Daher fahren wir nicht so lange. Ist es jetzt genehm? Geht doch. Dann... Okay. 22 Kilo. Keine Ahnung, was das für eine Maßeinheit ist, aber... Verspricht schon mal nach Spaß. Ähm... Flosse Genossen, bitte. Dann gucken wir mal rum, ob wir hier noch ein Auto finden. Da gehe ich ganz auch mal in die Auslandsicht, auch wenn ich ungern ist, so fahre. Aha. Keine Ahnung, es ist schon heute nicht. Die mussten nicht mit ausschauten. Ne, die rumstehen. Hat er sich mittlerweile gefangen? Ja. Hat er. Gut. Und... Fertig. So. Dann gehen wir wieder auf die schnelle Retour. Na ja, ich weiß, hier drunter ist eigentlich auch ein Auto, aber... die Mechanik haben wir erst später freigeschaltet. Wir haben zwar davon schon mal gehört, aber wir können es noch nicht nutzen. Das ist so ein Quark. Motorhaube vom Traktor. Was? Büro, Schreibtisch, Sanierung. Oder Tür links. Couchtisch. Panser Ganggeschaltung. Okay. Aber wenig Material. Gerade mal ein bisschen Messing ist da drin. Na ja. Na ja, gut. Ähm... Kleiner Klauscher bitte. Den da. Ja, das ist eigentlich die schnellste Art der meisten, wie man sowas erledigen kann. Einfach teleporten und dann funktioniert das. Warte. 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 Dann... 4 von 5. Na, ich bin mal gespannt, ob die jetzt schon mit 10 oder ob ich die überhaupt nicht zerlegen muss. Ja, die muss jetzt zerlegen. 4, 5, 6, ein Fahrzeug brauchen wir noch. Ähm... Das machen wir mal. Was ist das? Bleib mal da. In der Ecke. Also Fundbüro, da müssen wir mittlerweile auch schon übervoll sein. Problem ist, äh... Ich kann das vielleicht noch nicht loswerden. So, wo haben wir jetzt noch ein Fahrzeug, was wir schrotten können? Okay. Ah, das kommt man. Okay. Ah, das kommt man. Okay. so haben wir den und wenn wir eh schon mal dabei sind kann man die Hütte auch wieder voll machen da ist schon der nächste Kandidat äh keine Ahnung was das da schon wieder gelb leuchtet gut dann haben wir das das kommt dann denke ich mal später wir machen jetzt wieder in Teleportation zurück du bist kein Auto du bist drüber rumlaufen gut dann wieder zurück zum kleinen Crusher ach ja ja kleine Crusher der da ok das ist eigentlich die einfachste Art und Weise wie man sich Shot Autos holt ohne stundenlang hin und her zu gucken klar man kann auch die ganze Strecke hin und zurück fahren aber naja hm 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 also für mich privat mache ich es auch so dass ich dann normalerweise hinfahre die hole und wieder zurück fahre aber das tue ich eigentlich nicht an oh Gott meine da müssen die jetzt noch entsorgt werden ähm ähm die haben das Upgrade noch nicht freigeschaltet äh na, wollte ich gerade sagen ähm ja ja dann wechseln automatik dann haben wir auf 5,5,5 biep biep gut schon verdrieben zurück zurück wie ihr seht es gibt immer mal so eine Aufgabenbombe mal schnell ein paar tausend verdient auf ta-ching 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 das ist der Nummer 6 von 7 uuuu leider ist was spannend wir haben gleich die 10 riesen fertig tü-tü tü-tü uuuu danach kommt auch eine schöne Mechanik pomo hoi das letzte tü-tü uuuu tü-tü tü-tü oh ja tü-tü tü-tü tü tü so und das letzte 7 Fox jawoll so muss es auf dem Kontohäuser hinten hier anders und einfach nur der Ehre halber machen wir das jetzt auch noch so 36k das ist gut, 27 sollten wir, also fast 10 mehr, das ist gut gut ich weiß auch wofür wir das Geld brauchen ne, ne, danke ah, verdammt das konnte ja nur schief gehen ähm Leute, ich hab ein Problem, ich komm da nicht mal ran na gut, mal sehen, ob das was bringt ah gut, also ihr könnt zurücksetzen, dann ist der Würfel wieder hier drin für diese kleinen, die, äh, einfach so unfähig sind wie ich so, Geld verdienen ich finde eine stationäre Preise dafür habe ich für dich eine gute Nachricht ok ok find some scrap and sell it on the market there's so many places where you can find interesting and expensive things you're free is a bird here don't be afraid to act ok wir werden jetzt aber mal eines machen äh, und das machen wir noch in der Folge wir gucken einfach mal bei Cranny vorbei da, und Abflug weil hier werden sich einige Gegenstände mittlerweile angesammelt haben, denke ich mal jo, haben sie und ich komme hier nicht rein weil die Mechanik noch gesperrte ist gibt's auch keine Möglichkeit zu tricksen, ne gut, das heißt ich brauche jetzt den Transporter gut gut oh oh das fährt nicht vorwärts das ist müde hier, ey so so elegant eingeparkt dann dann Tasche ist leer gut dann Tasche ist leer das also wie schon gesagt, wenn man das jetzt hier beim ausmachen drin liegen lässt, dann ist das Zeug weg deshalb deshalb mitnehmen in der Fahrzeug am besten zwischenbogen und dann passt das ganze 11 Artikel, ok und da kommen dann noch welche aha die Mechanik muss ich jetzt nicht verstehen, oder? so kann es sein, dass das Ding ein bisschen bucky ist ja ja der zeigt mir hier ein Artikel an, aber naja so 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 wie ich dann ins Immobilien tag gehe, ist der halt weg, also naja gut dann ist es halt ein bisschen verpackt ist alles mal egal, wir wollen uns jetzt auch schnell den großen Crusher angucken so äh das wäre da neue Bestellung verfügbar oh man ey, der große Gasha, das ist ein Mistding so ihr Lieben, und da ist er muss man nur noch frei kaufen 8 von 3 Level, die haben wir 8 von 8 Quests, die haben wir erledigt, und von 20.000 haben wir 36.000 Go locate the van wreck after that, it'll be transported to the Crusher area da gibt sich mit dem Auto auf die Suche des Fraxisfans okay aber das meine Lieben, machen wir dann in der nächsten Folge ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs einschalten ja, das ist der kleine Crusher den werden wir dann in der nächsten Folge uns näher angucken also vielen Dank fürs einschalten und bis zum nächsten Mal ciao ihr Lieben cordon ja ja